Der Hamburger Flughafen gibt seine Boeing 707 ab. Warum die das machen und warum ein Flughafen überhaupt eine Boeing 707 hat und was das da genau für ein Flugzeug ist, das klären wir heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut. Flughafen und Boeing 707, das könnte uns schon mal so ein kleines bisschen bekannt vorkommen, denn vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir hier sehr ausführlich über die Boeing 707 am Flughafen Tegel gesprochen. Und das ist eine 707, die zumindest lässt das der Blick auf das Kennzeichen der Maschine vermuten, durchaus vergleichbar sein sollte mit der Maschine, die da in Hamburg steht. Deswegen zu der Maschine in Tegel nochmal ganz schnell die Kurzfassung. Die Delta Alpha Bravo Oscar Charlie, die da am Flughafen Tegel steht, ist gar nicht die echte Oscar Charlie. Heute schon mal gar nicht, denn dieses Kennzeichen trägt aktuell aktiv eine Boeing 757-300 der Condor, aber es ist auch nicht die echte Oscar Charlie von damals, sondern es ist tatsächlich einfach irgendeine Boeing 707. Diese Maschine wurde 1961 an die israelische El Al ausgeliefert, ging dann nach ihrer Dienstzeit an den Flugzeughersteller, also an Boeing, zurück und die machten ein Geschenk für Lufthansa draus und brachten die Maschine 1986 zum Flughafen Tegel. Ja, und was bis dahin alles mit diesem Flugzeug passiert ist bei der israelischen El Al, das ist sicherlich eine spannende Geschichte, hat aber mit der Lufthansa oder Berlin eigentlich ziemlich genau gar nichts zu tun. Die echte Delta Alpha Bravo Oscar Charlie wiederum, die man im Jahr 1960 bei der Lufthansa auf den Namen Berlin getauft hatte und die dann auch ganz normal bei der Lufthansa als Passagierflugzeug unterwegs war, die gibt es tatsächlich schon seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Das Flugzeug wurde verschrottet und existiert einfach nicht mehr. Und für diese 707, die da am Flughafen Tegel stand seit 1986, Man hat die dann noch ein paar Mal verrückt, aber dann stand sie eigentlich ziemlich ungeliebt irgendwo hinten in der Ecke, wo sie keiner sehen konnte. Für die hatte nie jemand wirklich Mühe, Liebe und vor allem gar kein Geld übrig. Und so wurde das Flugzeug von der Lufthansa weiter verschenkt an das Deutsche Technikmuseum in Berlin und die hätten jetzt nicht nur Unmengen an Geld in das Aufbereiten oder Restaurieren dieser ziemlich runtergekommenen Boeing 707 stecken müssen, sondern spätestens seitdem der Flughafen Tegel jetzt für den ganz normalen Flugbetrieb geschlossen ist, hätten sie vor allem auch sehr, sehr viel Geld für das Transportieren der 707 aufwenden müssen. Weil von flugtauglich ist dieses Flugzeug sehr, sehr weit entfernt. Das heißt, man hätte es auseinanderbauen müssen und dann Stück für Stück an einen neuen Ort bringen müssen und das kostet wahnsinnig viel Geld. Und das alles für ein Geschenk, was man gar nicht so richtig haben wollte oder für ein Stück Geschichte, von dem man gar nicht so richtig weiß, ob es das zu erhalten gilt, kann man schon irgendwie verstehen, dass daraus nichts wird. Und diese ganzen verschiedenen Punkte, die können wir ja schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten für die 707 in Hamburg. Also die 707 am Flughafen Tegel, das ist so irgendwie so ein Geschenk, was niemand so richtig haben wollte und vor allem heute ein Geschenk, mit dem niemand so richtig was anzufangen weiß. Und Chancen auf den Erhalt der Maschine hat man entweder ganz einfach verpasst oder aber sie wurden durch einen dafür notwendigen, teuren und aufwendigen Transport verhindert. Und aktuelle Meldungen zu diesem Thema lassen dazu auch noch vermuten, dass im Hintergrund ganz ordentlich diskutiert wurde oder eventuell auch immer noch diskutiert wird. Demnach gibt es wohl einen Vertrag, der besagt, dass die Lufthansa für alle Kosten, die im Zusammenhang mit der ans Museum übergebenen Boeing 707 entstehen, aufkommen muss. Das heißt, Lufthansa zahlt die Verschrottung. Das verbunden mit einer Auktion von irgendwelchen Interieursteilen, irgendwelchen Teilen aus dem Triebwerk oder was man auch immer da an Einzelteilen dann noch verkaufen wird, soll die Kosten im Rahmen halten. Gut, wie das dann weitergeht, wann das verkauft wird, welche Teile da genau verkauft werden, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber gerettet wird diese Maschine auf gar keinen Fall. Mit diesem aufgefrischten Wissen über die Tegel 707 gehen wir jetzt mal weiter nach Hamburg. Dort findet man ja, wie gesagt, ganz offensichtlich ein vergleichbares Flugzeug, also ebenfalls eine Boeing 707 in Lufthansa-Farben. Und auch dort findet man eine Registrierung hinten am Heck. Dort steht Delta Alpha Bravo Oscar Bravo. Oscar Bravo und Oscar Charlie. Hätte ja so schön sein können, aber auch das hier ist nicht die echte Oscar Bravo von damals. Die echte Oscar Bravo, die im Jahr 1960 an Lufthansa ausgeliefert wurde, war das Flugzeug, mit dem das Jet-Zeitalter bei Lufthansa begann. Und es war ein Flugzeug, welches eine durchaus vergleichbare Begeisterung und Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, nicht nur unter Luftverinteressierten, hervorrief, wie jetzt zuletzt vor etwas mehr als 10 Jahren mittlerweile schon wieder der Airbus A380. Die echte Oscar Bravo wurde damals ja auch noch auf den Namen Hamburg getauft, also das hätte alles schon ziemlich gut gepasst. Aber die echte Oscar Bravo wurde bereits im Jahr 1977 bei ihrem Zweitbesitzer Pearl Air im Jemen bei der Landung zerknüppelt und wurde deswegen vor über 40 Jahren abgeschrieben. Naja, gut. Aber trotzdem, die 707, die da am Flughafen in Hamburg steht, ist trotzdem eine echte Lufthansa 707 von damals, und zwar die nur wenige Wochen später ausgelieferte Delta Alpha Bravo Oscar Delta. Dieses Flugzeug ist damit nicht nur tatsächlich eine echte ehemalige Lufthansa Boeing 707, sondern, soweit ich weiß, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, eine der letzten existierenden, wenn nicht sogar die letzte in dieser guten Form existierende, Boeing 707 420, beziehungsweise Lufthansa spezifisch 430. Es soll zwar noch eine Maschine geben, die irgendwo auf der Welt mehr oder weniger ganz rumliegt, die sieht allerdings so aus. Mit anderen Worten, das Ding, was da in Hamburg steht am Flughafen, diese ehemalige Lufthansa 707, ist schon irgendwo was Besonderes. Vor über 60 Jahren gebaut, bis 1975 treu im Dienste der Lufthansa unter dem Namen Frankfurt unterwegs. Und klar, die Boeing 707 ist kein deutsches Flugzeug, es ist auch nicht das erste Verkehrsflugzeug der Welt mit Jetantrieb, aber mit dieser Maschine, zusammen mit ihren Schwestermaschinen, ging das Jetzeitalter bei der Lufthansa los. Diese Flugzeuge konnten damals so ziemlich alles besser als ihre Vorgänger mit Kolbenmotoren, wie zum Beispiel die Lockheed Super Constellation, die ebenfalls bei der Lufthansa unterwegs war und in diesem Zeitraum, beziehungsweise einige Jahre zuvor, die transatlantischen Verbindungen bei der Airline übernommen hatte. Und dann kam da diese Boeing mit vier Triebwerken, mit Jetantrieb und konnte irgendwie alles doppelt so gut, konnte doppelt so viele Passagiere befördern, doppelt so viel Fracht mitnehmen, doppelt so hoch fliegen, doppelt so schnell fliegen. Nagelt mich jetzt bitte nicht darauf fest, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Boeing 707 bei der Lufthansa zur damaligen Zeit Passagiere sehr viel besser befördert hat, als dass Flugzeuge mit Propellern zu dieser Zeit hätten tun können. Das ging, wie gesagt, bis 1975 so. Danach wurde mit dieser Maschine am Standort Hamburg oder an dieser Maschine am Standort Hamburg vor allem trainiert und 1999 ging das Flugzeug dann für einen symbolischen Euro in den Besitz des Hamburger Flughafens über. Einige Jahre später wurde die Maschine dann wieder in den alten Farben der Lufthansa lackiert, war dann als Delta Alpha Bravo Oscar Bravo erkennbar mit dem Namen Hamburg und wurde zum Beispiel auf den Airport Days im Jahr 2007 ausgestellt. Das war tatsächlich auch der Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal dieses Flugzeug von innen gesehen habe, was echt was Besonderes war, weil ich zu dem Zeitpunkt als kleiner Butschi tatsächlich nur, mit Erinnerung zumindest, ein einziges Mal davor ein Flugzeug von innen gesehen habe. Und dann gab es noch was im Jahr 2015 am Hamburger Flughafen, da war die Maschine ebenfalls ausgestellt. Man konnte in diese Maschine rein, konnte sich das Flugzeug von innen anschauen und somit hat diese 707 doch tatsächlich irgendwo eine gewisse Geschichte zu erzählen und es war immer schön, dass man diese 707 am Hamburger Flughafen hatte und hin und wieder auch mal von innen sehen konnte. Aber so wie es zum aktuellen Zeitpunkt aussieht, ist die Entscheidung gefallen, die Maschine soll definitiv weg und soll verschrottet werden. In der aktuellen Zeit gilt es sicherlich, jeden Posten, welcher mehr Geld verschlingt als nötig, so schnell wie es geht zu beseitigen. Und das ist auch tatsächlich irgendwo ganz gut nachvollziehbar, denn jetzt Geld auszugeben oder in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar über die nächsten Jahre Geld auszugeben für etwas Nostalgie und Geschichte, Geld auszugeben, welches der Hamburger Flughafen zum aktuellen Zeitpunkt sicherlich nicht einfach so übrig hat, das muss und sollte definitiv überdacht und gut begründet sein. Oder aber der Posten wird sofern möglich einfach gestrichen. Und darunter fällt höchstwahrscheinlich eben auch dieses in Anführungszeichen Museumsflugzeug, diese über 60 Jahre alte Boeing 707. Ich habe in den letzten Tagen selbst mal ein bisschen Kontakt zum Hamburger Flughafen aufgenommen, weil mich ein paar Punkte bei diesem Thema wirklich sehr interessiert haben. Denn diese Boeing 707 soll da ja nicht flugtauglich gehalten werden. Die soll auch nicht restauriert werden oder sowas. Ich weiß aber natürlich auch, dass diese Maschine sich nicht in einem 100%ig einwandfreien Zustand befindet und dass die Zeit, also die letzten Jahre sicherlich nicht nur Gutes mit diesem Flugzeug gemacht haben. Aber wie teuer kann es denn sein, diese Maschine an diesem Standort dort jährlich zu unterhalten? Ich weiß es nicht genau, lässt jetzt vielleicht auch ein bisschen Platz für Interpretation. Aber ohne es unterschätzen zu wollen, es geht schon. Ich habe uns alle echt schon im nächsten großen YouTube-Handwerker-Projekt gesehen. Das wäre echt eine coole Videoreihe geworden. Wir hätten diese 707 sowas von in Schuss gehalten. 100%ig. Also das, was ihr an Kraft und Liebe als Community für solche Sachen übrig habt, das sollte man echt nicht unterschätzen. Und hier ist ein sehr großer Teil der deutschsprachigen Luftfahrt-Community. Aber nee, ein ganz großes Problem ist halt, das Flugzeug steht im Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens. Was prinzipiell schon mal den Zugang für Interessierte, für irgendwelche Bastler, generell für irgendwelche Leute, die das Ding in Schuss halten wollen, nicht unmöglich macht, aber auf jeden Fall erschwert. Dazu verhindert diese Tatsache logischerweise auch regelmäßigen Besuchsverkehr. Also jetzt nur als Beispiel, der Hamburger Flughafen hat definitiv kein Interesse daran, mit sehr viel Aufwand aus dieser Boeing 707 ein Restaurant oder ein Hotel oder irgendwie ein Museum oder sowas zu machen. Und das könnten die auch gar nicht einfach so tun. Schon gar nicht in der aktuellen Zeit. Und das bedeutet eben, so wie ich das verstanden habe, dass das Flugzeug diesen Ort verlassen muss. Und an der Stelle wird es halt ein bisschen tricky. Denn ich selbst hätte tatsächlich, ehrlich gesagt, nur eine Zukunft für dieses Flugzeug gesehen, wenn die Maschine exakt an dem Ort bleibt, an dem sie gerade ist. Dann hätte man das schon irgendwie hinbekommen, wirklich. Ich bin mir ziemlich sicher, da hätte man irgendwas Cooles draus machen können. Aber in dem Moment, wo das Flugzeug bewegt werden muss, sehe ich für die ganze Sache, ehrlich gesagt, eine ziemlich geringe Chance. Der Hamburger Flughafen hat sich nach eigener Aussage in den letzten Monaten definitiv darum gekümmert, Kontakt zu möglichen Interessenten für den Erhalt dieser Boeing 707 aufzunehmen. Zum Beispiel das Technikmuseum Speyer oder irgendwelche anderen Museen oder wer auch immer, ist ja völlig egal. Aber keine Ahnung, wie weit die Gespräche da fortgeschritten waren. Wenn man jegliche Ideen oder Projekte scheitern, logischerweise, also es leuchtet wirklich ein, am Transport dieses Flugzeuges. Welcher, so wurde das zumindest immer mal wieder im Zusammenhang mit der 707 in Tegel genannt, ganz schnell einen niedrigeren bis mittleren sechsstelligen Betrag kosten könnte. Und dann wird es logischerweise ziemlich schnell, ziemlich unattraktiv. Und so bleibt auch hier die Verschrottung, verbunden auch hier mit einer Auktion, in welcher Einzelteile der 707 verkauft werden sollen. Versteht mich dabei echt nicht falsch, man muss definitiv nicht alles, was ein bisschen älter ist, auf Krampf am Leben erhalten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Flugzeug durchaus noch etwas Potenzial gehabt hätte. Aber gut, falls ihr euch noch weiter mit diesem Thema beschäftigen wollt, falls ihr helfen wollt, falls ihr, ja, da immer auf dem neuesten Stand sein wollt, es gibt mittlerweile einen Verein, beziehungsweise eine Gruppe, die sich gegründet hat, gebildet hat, zum Erhalt der Boeing 707 am Hamburger Flughafen. Den Link zur Internetseite und zur Facebook-Gruppe findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Von meiner Seite schon mal viel Erfolg. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Denkt dran, ab dem 1. März wird es wieder die Blueprints geben, vergleichbar mit den Dingern, die hier bei mir im Hintergrund hängen. Viel mehr Motive, viel mehr Materialien, neue Formate. Das wird eine ziemlich coole Sache. Ich freue mich da drauf. Ihr hoffentlich auch. Und dann sehen wir uns demnächst bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.